Die Macintosh-Tastatur kann weitaus mehr Zeichen produzieren, als mit bloßem Auge sichtbar sind und obendrein stehen viel mehr Emoji und Symbole zur Auswahl, als die Tastatur fassen kann. Tipp 1. Sonderzeichen finden und lernen macOS blendet auf Wunsch eine virtuelle Tastatur ein, die auch versteckte Zeichen zeigt. In den Systemeinstellungen öffnen Sie den Eintrag Tastatur. Im ersten Reiter setzen Sie einen Haken bei Tastatur und Emoji-Übersicht in der Menüleiste anzeigen. Dadurch bekommt die Menüleiste ein neues Symbol dazu. Wenn Sie auf Tastaturübersicht einblenden klicken, erscheint eine virtuelle Tastatur als Palette, die stets im Vordergrund bleibt. An ihren Ecken lässt sie sich vergrößern und verkleinern. Das schwebende Fenster gibt wieder, was Sie gerade eingeben, und zeigt die Änderungen live an. Wenn Sie etwa die Hochstelltaste gedrückt halten, erscheinen Großbuchstaben. Beim Gedrückthalten der Opt-Taste erscheinen Sonderzeichen wie das Add- und das Euro-Zeichen, aber auch jede Menge, die nicht auf der Hardware-Tastatur aufgedruckt sind. Tippen Sie den entsprechenden Buchstaben an, um das Zeichen direkt in den Text zu bringen. Die orange umrandeten Tasten warten noch auf die darauf folgende Taste, um sie mit dem jeweiligen Sonderzeichen zu kombinieren. So entstehen akzentuierte Buchstaben und Umlaute, die keinen Platz auf der Tastatur gefunden haben. Tippen Sie auf die Leertaste für das pure Zeichen. Tipp 2. Zeichenübersicht nutzen Das neue Menü hat noch einen zweiten Eintrag namens Emoji und Symbole. Bei den Emojis gibt es noch einige Unterkategorien, die das Auffinden der gesuchten Bildzeichen erleichtern. Per Doppelklick landet es im aktuellen Dokument. Aber es gibt noch viele andere Kategorien, etwa für griechische Buchstaben, mathematische Symbole und beliebig vergrößerbare Bildzeichen. Über das Zahnradmenü kann man den Inhalt anpassen und etwa die technischen Symbole hinzufügen. In dieser Rubrik finden Sie etwa die Symbole für die Command- und die Optionstaste. Fügen Sie sie den Favoriten hinzu, wenn Sie diese öfter verwenden. Diese Palette können Sie stets wieder aus dem Menü aufrufen oder mit dem Tastenkürzel Control-Command-Leertaste. Sie müssen nur einmalig vom Emoji-Popup umschalten. Tipp 3. Textersetzungen für Emoji und Standardtexte Die Textersetzungen helfen bei der Texteingabe, indem Sie bestimmte Zeichenkombinationen durch Emoji, Wörter oder ganze Absätze ersetzen. Was in der linken Spalte steht, wird durch das, was rechts steht, ersetzt. Kurz taucht dieser Ersetzungsvorschlag unter dem eingegebenen Text auf. Klickt man dann auf das X, wird nichts ersetzt. Die Leertaste bestätigt. Dies kann man für Sonderzeichen nutzen, für regelmäßige Vertipper oder für häufig benutzte Textblöcke. Die Kurzform beginnen Sie am besten mit einem Sonderzeichen. So vermeiden Sie ungewollte Auslöser. Längere Ersetzungstexte schreiben Sie am besten in einem Textprogramm vor. In der schmalen Zeile ist es schwierig zu schreiben, ohne den Überblick zu verlieren. Sie können auch formatierte Texte einfügen. Vor manchen Programmen werden sie allerdings als Klartext interpretiert. Mit der Eingabe des Kürzels erscheint der Text im Eingabefeld, egal in welchem Programm. Die eingegebenen Textersetzungen werden über die iCloud synchronisiert und sind auf allen Ihrer Macs und iOS-Geräte aktiv. Dafür geben Sie beispielsweise am iPad dasselbe Kürzel ein und iOS erweitert es auf den festgelegten Text. Unter iOS öffnen Sie den Tastaturbereich in den allgemeinen Einstellungen, um eigene Textersetzungen einzufügen. Weitere Tipps zur Bedienung des MaxPad Tastatur finden Sie in der Mac and i Heft 6 2019.